Herzlich Willkommen bei S21BAU.TV Eigentlich wollte ich Marios Bilder gar nicht mehr als Video zusammenschneiden, weil auf Google Fotos das so gut klappt. Aber ich nehme diese Gelegenheit wahr, um mein Beileid auszusprechen. Unser Beileid vom ganzen Team. An die Angehörigen, vom verunglückten Kollegen und gute Besserung an die Kollegen, die verletzt sind. Bei dem tragischen Unfall im Leutze-Tunnel. Und ich bitte um einen Daumen nach unten, wenn ihr euch auch an der Kontrollenz beteiligen wollt. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020